Heute stellen wir Ihnen eine Studie aus Cochrane Database of Systematic Reviews von Danis und Coworkers vor. Es geht um schnelle Point-of-Care Antigen und um molekularbasierte Testverfahren zur Diagnose der SARS-CoV-2 Infektion. Die Antigen-Schnelltests zu SARS-CoV-2 weisen erhebliche Qualitätsunterschiede auf. Ob der Nachweis einer Infektion gelingt, hängt zudem stark vom Stadium der Erkrankung ab. Zu dieser Einschätzung gelangt eine Meta-Analyse in der Cochrane Database of Systematic Reviews, die jedoch auf Kritik bei Experten stößt. Das erste Mal hatte die Cochrane-Gruppe die Qualität von Schnelltests im August 2020 bewertet. Damals standen erst 22 Studien zur Verfügung. Die neue Analyse berücksichtigt 58 Studien. Der Stichtag war allerdings der 16. November. In den schnellen Zeiten einer Pandemie sind die Ergebnisse fast schon überholt, meint Lewis Kenney von der University of Liverpool gegenüber dem Science Media Center. Ein weiterer fundamentaler Einwand betrifft den Vergleich mit dem PCR-Test. Dieser Vergleich benachteiligenden Antigentests findet Arjen Peterson vom University College London. Denn es sei bekannt, dass viele Menschen noch Virusmaterial im Abstrich haben, wenn sie nicht mehr infektiös sind. Es könnte sich um genetische Reste von zerfallenen Viren handeln. Der Antigentest könnte deshalb besser sein, als die Vergleiche mit dem PCR-Test vermuten lassen. Diese Vergleiche zeigen, dass die Sensitivität bei symptomatischen Patienten mit 72 Prozent, Konfidenz 63,7 bis 79 Prozent, besser ist als bei asymptomatischen Teilnehmern. Dort liegt die Sensitivität bei 58,1 Prozent, Konfidenz 40,2 bis 74,1 Prozent. In der ersten Woche nach Auftreten der Symptome war die Sensitivität mit 78,3 Prozent, Konfidenz 71,1 bis 84,1 am höchsten. In der zweiten Woche der Symptome ging sie bereits auf 51 Prozent zurück, Konfidenz 40,8 bis 61,0. Die Sensitivität des Tests hängt stark vom Ausmaß der Virusmenge ab. Bei einem Zykluschwellenwert CT der PCR von 25 oder weniger, der eine hohe Viruskonzentration anzeigt, betrug die Sensitivität 94,5 Prozent, Konfidenz 91 bis 96,7 Prozent. Wenn die PCR mehr als 25 Vermehrungszyklen benötigt, um die Virusgene nachzuweisen, sinkt die Sensitivität auf 40,7 Prozent, Konfidenz 31,8 bis 50,3 Prozent. Dies lässt sich als Schwäche oder als Stärke werten. Als Schwäche, weil der Antigentest nicht hundertprozentig ist, als Stärke, weil er genau jene Personen erkennt, die aufgrund einer starken Viruslust am ehesten als Überträger in Frage kommen und als Superspreader die meisten Personen infizieren könnten. Eine sensible Frage sind die Qualitätsunterschiede der einzelnen Tests. Die Cochrane Meta-Analytiker attestieren in dem Test von Chorus Bioconcept nur eine Sensitivität von 34,1 Prozent, Konfidenz 29,7 bis 38,8 Prozent. Am besten Schnitt mit einer Sensitivität von 88,1 Prozent, Konfidenz 84,2 bis 91,1 Prozent der SD-BioCenter Standard-Q ab. Da die Tests nur selten in direkten Vergleich miteinander geprüft wurden und sich die Personengruppen der einzelnen Studien unterscheiden könnten, dürften die Hersteller eine andere Einschätzung zur Qualität ihrer Tests haben als die Cochrane-Analytiker. Diese diskutieren das Für und Wider ihrer Ergebnisse in dem 409-seitigen Dokument. Die Forscher haben auch fünf molekulare Schnelltests untersucht, die wir der PCR-Test Virusgene nachweisen. Die meisten Daten lagen zum IDNOW-COVID-19-Test und zum Expert-Express-Test vor. Die Sensitivität von IDNOW liegt laut der Cochrane-Analyse bei 73 Prozent, Konfidenz 66,8 bis 78,4 Prozent. Der Expert-Express erreichte eine Sensitivität von 100 Prozent, Konfidenz 88,1 bis 100 Prozent. Die Spezifitäten der beiden Tests lagen bei 99,7 Prozent und 97,2 Prozent. Weitere Informationen und Ergebnisse nehmen Sie die aktuellen Publikation im Cochrane Database of Systematic Reviews.